aber gina mein finger bricht ich bin sofort fertig versorgt und sie nur mit arzneimitteln also ich könnte auslassen wie schlimm ist das ich hätte machen kann eine hexenbeschwörung kommt drauf an was spielst du rasende peter und ich glaube ich spiele so ziemlich alles möglich ein bisschen also von dem her ist es immer einfacher wenn ich sage ich frage die leute was sie spielen damit ich sagen kann ja das habe ich alles nicht wer erinnert sich daran wo ich eben das kraut unten habe ich habe mit dem selben screen ich müsste bei dir im stream gucken das ist gelaufen spielst du minecraft mach mal minecraft jina spielen wir nächstes mal minecraft auf playstation 3 ich dachte einmal du wärst cool ich bin cool ich bin cool ich bin cool ja jetzt muss ich alles nochmal ich weine gleich ich weine gleich oh ne doch nicht gib mir mal bitte dieses gibt mir mal bitte das grüne kraut rüber dann kombiniere ich die mal Ich glaub's nicht, dass du mich einfach in den Abgrund stürzen lässt. Nein, es war ne Falle. Nein, nein, nicht auf den Schoß.